Enesca Robotics. Unter diesem Label präsentiert Joke seine Systeme zur automatisierten Oberflächenbearbeitung. Dies beinhaltet Anwendungen wie Entgraten, Schleifen oder auch Polieren. In der heutigen Zeit des Fachkräftemangels wird es für Firmen immer schwerer Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, eintönige, sich ständig wiederholende Arbeiten zu erledigen. Erhöhte Ausfallquoten beim Personal können hier die Folge sein. Dies alles führt dazu, dass viele Unternehmen ihre Mitarbeiter von solchen Arbeiten entlasten wollen, um ihre Erfahrung gewinnbringender einzusetzen. Joke hat daher bei der Entwicklung seines Systems darauf geachtet, eine Vielzahl an Anwendungen abdecken zu können. Je nach Anforderung, Aufgabe und Arbeitsumgebung kann der eingesetzte Cobot das Werkstück zum Werkzeug führen oder andersherum das Werkzeug zum Werkstück. Man kann den Roboter manuell oder auch maschinell anlernen. Entweder durch den Anwender selbst oder die Experten bei Joke. Mit dem Enesca Robotics System geht Joke als der Experte für Produkte zur Oberflächenendbearbeitung in Europa den nächsten logischen Schritt. Sprechen Sie uns an!